Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki, zockt für Bärenherz. Wir zocken heute schwall ins All und ja, wir haben drei Teams gebildet und die Teams sind der Pujan, wie sind eigentlich Teams? Der Pujan und der Mark. Der Pujan und der Mark Hagenberg, Pujan Gottfass auf Schoki Banoki, Mark Hagenberg, Mastermind auf Schoki Banoki, der Jose und ich, das sind ein Team und der Christian und der Bassist von dem Ortega. Genau, Mark und Pujan fangen an und die Aufnahme lautet, nenne uns alle Obst- und Gemüsesorten, die dir einfallen. Apfel. Zucchini. Orange. Kirsche. Mandarine. Mango. Traube. Kiwi. Gurke. Ananas. Kopfsalat. Banane. Endiviensalat. Ähm, 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 Birne. Ähm, ähm, jetzt hat er Hunger. Ähm, Maurybe. Radieschen. Ähm, Salatgurke. Stachelbeere. Ähm, Paprika. Himbeere. Ähm, Tomate. Johannesbeere. Ähm, Brombeere. Scheiße. Keine Y-Gemüsesorte. Ähm, 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 ä Zweite Team, Tobi und Christian. Moment, ich muss das mal kurz kaputt machen. Nenne alle Länder, die dir einfallen. Deutschland. Belgien. Estland. Luxemburg. Lettland. Niederlande. Japan. Spanien. Südkorea. Portugal. Nordkorea. Italien. Australien. Liechtenstein. Neuseeland. Schweiz. Nigeria. Österreich. Kamerun. Kroatien. Chile. Tschechien. Brasilien. Polen. Ostafrika. Russland. Taiwan. Schweden. Finnland. Norwegen. Argentinien. Dänemark. Und stopp. Ostfrika. Afrika ist aber kein Land. Ja, ist kein Land. Aber Dänemark, habt ihr das nicht zweimal gemacht? Habe ich nicht. Ich bin einmal drum herum gegangen. Ich wollte gerade sagen, Dänemark habe ich jetzt auch nicht. 31. 31. 33. 33. 31. Bam. Orange. Wollt ihr es noch versuchen? Mehr als 23 müssen wir machen. So, wir machen die Orangen rum richtig. Nenne alle Berufe die euch einfallen. Bäcker. Maler. Metzger. Konditor. Verleger. Eisverkäufer. Illustrator. Bananenverkäufer. Autor. 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 Autoverkäufer. Automechaniker. Schuhverkäufer. Optiker. Ticketabreiser. Friseur. Mittellist. Arzt. Schuhreiniger. Schuhputzer. Zahnarzt. Friseur. Taubenzüchter. Stopp. Also Taubenzüchter. Taubenzüchter. Meinetwegen. Aber wenn du Arzt und Zahnarzt hast, dann hast du einmal den Sammelbegriff und dann Humanmedizin und dann... Egal. So oder so. Es reicht nicht. Echt? Obwohl du so viele tolle Verkäufe hattest. Autoverkäufer. Autoverkäufer. Und Bananenverkäufer. Das ist geiles. Wer hat dir das gesagt? Siehst du das Grinsen? Boah, ich fock's. Autoverkäufer. Bananenverkäufer. Und dann war Schluss. Jetzt. Ich bin jetzt nicht mehr eingetragen, weil man verkaufen kann. Ich kaufe nicht so viel. Oh, Rettler. Ich kaufe jede Woche ein Auto ohne Bananen und Schuh. Du. Du zahlst aber auch. Komm. Mehr habe ich nicht. Den Scheiß zahle ich jetzt aber nicht. Ich gehe kaputt. Ja, gerne. Ich zahl gerne, gerne. Für Bernherz. Schoki Bernuki hat wieder gezockt für Bernherz. Diesmal hat er verloren. Der Rosé alleine. Ja. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss. 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 Klickt beim nächsten Mal wieder rein, wenn eine neue Folge online geht. Oder abonniert unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Aktiviert dabei auch die Glocke, wenn ihr wollt. Damit ihr eine Nachricht erhaltet, wenn eine neue Sendung zur Verfügung steht. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat. dann bis zum nächsten Mal wieder rein. Wir sehen uns gleich, wenn ihr deine Nachricht hattet. Tiki, wir nehmen uns die Sendung von einem. Twenty, zwei, drei, vier, vierhs. Tiefen auf demêtes예요. Tiefen auf demnach. Tiefen auf demnach. Untertitelung des ZDF, 2020